Fünf. Sehr schöne Wertung. Und hier steht bereit Tsuyoshi Hasegawa, 21 Jahre alt. Hocherte und Kasamatsu mit anderthalb Schraube. Muss allerdings einen großen Schritt nach links raus machen. Wird dafür auch ein Penitee bekommen. Aber schöne Höhe. Schöne Flug. Schöne Körperhaltung in der Flugphase. Von hinten sieht man ein bisschen, dass er auf dem linken Arm nicht so viel Druck hat. Deswegen rotiert er da ein bisschen zur Seite und muss auch den Schritt machen. Nicht unwichtig, dass man das...